Hey Leute, what's up? Moonbooney, ja? Herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy XIV Online Heavensward. Wir befinden uns mitten im Wald bei einer vergammelten Hütte und hier wohnt ein Einsiedliger Einsiedler. Und er ist völlig verrückt. Er war im Krieg und er ist völlig durchgedreht. Er hat irgendwie so posttraumatischen Stress und so. Also wir mussten schon fliegen für ihn töten, weil sie Lärm gemacht haben. Und als nächstes will er seine Kinder wiedersehen, hat aber nicht genug Geld und deshalb... Oh Gott, jetzt haben wir Akro von dem Riesenfrosch. Deshalb möchte er, dass wir Dschungel Curls töten und von diesen Curls ihm die Haut bringen, damit er diese Haut verkaufen kann, um Geld zu machen, um zu seinen Kindern zurückzugehen. Aber das alles ist nur Teil einer viel größeren Quest, wo wir für einen Weinhändler einen Gefallen machen. Weil dieser Einsiedler nämlich der Freund ist von dem Weinhändler. Und der Weinhändler muss uns einen guten Wein verkaufen für unser Festmahl. Wir haben ja die drei Köstlichkeiten Eorceas gesammelt in den letzten paar Wochen. Und da soll es ein Riesenbankett geben und jetzt fehlt nur noch der Wein. Und ich hoffe, dass nach dieser Wein-Quest das Ganze endlich mal abgeschlossen ist. Weil das fühlt sich alles so unwichtig an. Das fühlt sich alles so unwichtig an. Wisst ihr, was ich meine? Wir müssen essen und Wein sammeln und so ein Scheiß für irgendein Bankett. Was ist denn das für eine Quest? Das ist doch scheiße. Die eigentliche Meta-Quest ist, dass wir gegen den Titanen, gegen, wie heißt er? Gegen den Primär-Titanen antreten müssen. Also einer dieser bösen Götter, Wichser, Viecher. Und keiner will uns verraten, wie man gegen den kämpfen kann. Aber es gibt Leute, die schon gegen ihn gekämpft haben. Und deshalb wollen wir eben dieses Bankett machen oder so. Okay, lol. Dann wird es aber schnell gestorben. Okay, noch zwei Jungle Curls. Dann haben wir es. Lecker, kommt schon auf mich zugespürt hier. Ach, fuck. Immer diese AOE-Scheiße hier. Ich glaube, ich bleibe einfach mal drin stehen. Weil so viel Leben wird es mir ja nicht abziehen. Go, Schokobo! Kämpfe in mir! Fuhu, Kawe, Puh! Töne! Töne! So, das sind zwei. Ich will keine zwei. Ja, du bist alleine. Du bist einsam und alleine. Dich nehme ich mir vor, du Bengel. Komm her! Jetzt sind wir sogar mal unser Crit-Scheiß, den wir haben. Und wir bleiben jetzt drin stehen. Das ist mir scheißegal. Jetzt wird ausweichen. Ja, guck mal, das macht überhaupt kein Damage. Das ist ja nett. Aufwärtshaken. Ähm. Gut. Vier Körler heute haben wir besorgt. Jetzt gehen wir zurück zu dem verrückten Bengel. Und gucken mal, was da los ist. Oh je, ich sag's euch. Mal wieder eine richtig schöne epische Quest. Das wäre was Tolles. Kein Wein oder Essen besorgen. Hallo, Neuling! Äh! Bin auch neu. Äh! Und die Riesenkröle. Ich weiß nicht, warum. Die sitzt nur da, um uns zu ärgern. Wenn wir ständig dran vorbeilaufen müssen. Oh! So, und dann sind wir wieder in seiner schäbigen Sumpfhütte. Durchtrennte Bande. Wer nennt denn ein Haus durchtrennte Bande? Keine Ahnung. So. Hallo! Bitte! Ich will doch nur zu meinen Kindern. Vier Pelze wäre schon eine große Hilfe. Ja, übergeben. Hast mir wirklich geholfen. Und das, obwohl ich galerische Kaiserreich gekämpft habe. Ich war mit meiner Einheit auf einem Erkundungsgang, als uns der Mahlstrom erwischte. Wir versuchten zu fliehen, wurden aber erbarmungslos niedergemetzelt. Außer mir hat niemand den Zusammenprall überlebt. Ist schon not gut. Ja, es ist wahr. Ich bin ein Feind von Eerseher, aber ich stamme eigentlich gar nicht aus dem Kaiserreich, sondern aus einem kleinen, unbedeutenden Land. Es wurde erobert und danach wurden alle kampffähigen Frauen und Männer zum Heeresdienst gezwungen. Ich war ein friedliebender Mann, der niemand etwas zu leide tun wollte und doch musste ich Unschuldige töten. Das ist die bittere Konsequenz des Krieges. Ich ertrage die Erinnerung nicht mehr. Ich will doch einfach nur nach Hause. Ja, Baby. Geh nach Hause. Lass mich in Ruhe mit deinen Scheiß-Quests und geh nach Hause. Was ist jetzt das? Nein! Fufu Gallipuh! Platz! Hat Vertrauen zu dir gefasst und hofft auf deine Hilfe nochmal. Oh, mal was Neues. Er braucht meine Hilfe. Was täte ich nur ohne dich? Du bist dir erst in ein Geheimnis meiner Herkunft anvertrauen konnte. Außer dir hat nur Schamani Lomani, das ist die Weinhändlerin, eine freundliche Geste gezeigt, indem er dir den Wein für mich mitgab. Dafür möchte ich mich bei dem Lalafel bedanken. Am Mantis-Fall habe ich Kokosnüsse mit Palmenwein zum Kühlen ins Wasser gelegt. Könntest du sie abholen und zu Schamani bringen? Richte ihn bitte aus. Damals sagte ich, gib nicht auf, dein Leben ist kostbar. Willst du sagen, nein, 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 nein. Okay, sehr romantisch. Und ich habe so eine Ahnung, dass diese gekühlten Kokosnuss-Palmen-Dinger, was wir jetzt abholen müssen, dass das vielleicht unser Wein sein könnte. Der ist jetzt über alle Maßen gut bestimmt. Und Schamani Lomani sagt, what? Das ist das Beste, was ich jemals getrunken habe. Der ist ja voll geil. What? Und wir, ah really, kann jetzt nicht runterspringen. Oh meine Güte. Und dann können wir das mitnehmen für unser Fest. Mal Kokosnuss mit Palmenwein. Oh ja. Oh ja. Oh Gott. Bitte. Dann haben wir die Weinquest beendet. Ich weiß, ich bin hier nur am Rumweinen. Haha. So nennt ich die Episode nur am Rumweinen. Haha. Cleverer Fuchs. Hoffentlich denke ich dran. Meistens vergesse ich dann eine Kröte. Go away. Das ist mein Kokosnuss mit Palmenwein. So. Und jetzt bringen wir das zu Schamani. Und da porten wir uns jetzt einfach hoch. Fuck das Shit. Ich habe keinen Bock, den ganzen Weg wieder zu rennen. Zup. Weggesäbt. Zup. 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 So Schamani Lomani. Komm. Komm an meine Brüste, du kleine Weinhändlerin. Oder Weinhändler. Ich kann nie unterscheiden, ob das Männer oder Frauen sind, die kleinen Viecher. Schön, dich zu sehen. Hast du Dres gefunden? Wie geht es ihm? Er hat Wein mit Kokosnusszeug. Für mich von Dres, das ist aber nett. Mh, er hat Kokosnussmilch vergoren und daraus einen Wein hergestellt. Beeindruckend, dass er mit den primitiven Mitteln, die ihm zur Verfügung stehen, solch eine Köstlichkeit hingekommen hat. Danke auch für die Überbringung seiner Botschaft. Ich erinnere mich noch gut an seine Worte. Damals gaben sie mir Kraft. Ich freue mich, dass mein Geschenk ihn daran erinnert hat. Vielleicht sind wir uns ähnlicher, als es auf den ersten Blick scheint. Wir beide tragen schwere seelische Wunden. Ja, aber du laberst mehr als er. Das gefällt mir nicht. Es wird Zeit, dass ich meinen Lebensretter einen Besuch abstatte. Ich glaube, wir haben uns viel zu sagen. Aber erst will ich Wein, Bro. Gib mir Wein. Oh, ein Gürtel. Nice. Schaman Lomane hat eine aufregende Entdeckung gemacht. Den 12 sei Dank, dass du noch hier bist. Mir ist etwas Außergewöhnliches an Dres' Geschenk aufgefallen. Er hat sein Getränk in ausgehöhlte Kokosnüsse gefüllt und diese jeweils mit einem Blatt verschlossen. Die markante Form, die Farbe und der Geruch der Blätter, das alles ist unverkennbar. Es handelt sich dabei zweifellos um die Blätter des ausgestorbenen, geltenden Bakkusweines. Ist dir klar, was das bedeutet? Wo Weinblätter sind, dann muss auch eine Weinrebe sein. Eine Rebe würde reichen, um daraus den legendären Traubenart neu zu züchten. Das wäre Revolution der Weinwirtschaft. Kannst du Dres' gehen und fragen, wo er die Blätter gefunden hat? LOL. Really? Wo wird er da runter? Oh meine Güte, ey. Gibt es da nicht einen Flughpunkt oder so einen Scheiß? Mein Gott, ey. Ein Hin und Her. Aber cool. Dann haben wir bald unseren Wein. Wenn er das Ding jetzt züchtet und so, dann können wir das bestimmt mitnehmen. Und dann haben wir unseren guten Bakkuswein. Es sei denn natürlich, der Dresd kommt jetzt wieder und macht da draußen eine riesen Questline. Die Reben, ja, die sind im Süden. Aber dann müsst ihr zuerst mit den eingeborenen Stämmen freundlich werden. Dazu müsst ihr dort noch 50 Quests machen. Dann könnt ihr euch den Bakkuswein aus dem Arsch ziehen. So, irgendwie wird es kommen. Jede Wette. Was ist das hier? Der roten Scheißbäume. Macht gar keinen Sinn. Das ist immer noch der... Nee, ist ein anderer Fade-Bereich. Ey, hier ist kein Mensch. Kein anderer Spieler macht ja irgendwelche Fades. Ich habe keinen Bock, die allein zu machen. Gebuwe. Hast du Bock, Gebuwe, mir zu helfen? Nee, das darf ich nicht mehr. Wo laufe ich eigentlich schon wieder rum? Völlig im Sif. Aber jetzt sieht man es mal, wie es hier aussieht. Wenigstens auch wenn es jetzt wieder mitten in der Nacht ist. Gleich zwei Uhr. Trotzdem sieht es schon schöner aus als mit dem Regen gerade eben. Man sieht einfach weiter. Ist das für eine blaue Höhle da hinten? Naja, whatever. Jetzt gehen wir hier wieder zu Dresd und fragen ihn. Hey Bro, woher hast du die guten Bacchusblätter? Hey Bro. Bro, woher hast du die Bacchusblätter? Hey Bro. Oh, hallo, du bist ja schon wieder. Hast du vergessen? Ist was passiert? Bacchusblatt. Nein, ich wusste nicht, dass das seltene Blätter sind. Ich hatte sie nur gewählt, weil ich sie hübsch fand. Ich habe sie in einem Sumpfgebiet südlich von ihr gefunden, aber da waren keine Weinreben, soweit ich weiß. Seht ihr ja südlich? Ich habe es vorausgesagt. Hm, was ich dort sah, waren Gobur-Spuren. Dabei kommen mir die Gedanke, vielleicht wachsen die Reben ja auf einer Gobur. Kann das sein? In der Gegend soll Schätzmuh leben, besonders aggressiv und gefährlich gilt. Jetzt müssen wir echt einen Gobur töten, oder was? Schätzmuh besiegen. Oh, lol. Ah, das ist gerade da vorne. Das ist nicht weit weg. What? What? Oh, bitte Schätzmuh-Trop, einfach 10 Reben und lass mich in Ruhe. Ja, ich bin zu weit entfernt. Fuck you. Ringe im Wasser erregen deine Aufmerksamkeit. Komm her, Baby. Du bist mein Schätzmuh. Du wirst jetzt hart getötet. Schauen wir mal unsere Ausweichen an. Krieg mal einen Aufertshaken vielleicht. Nein. Jetzt. Ja, da geht ja dauernd wie nix. So, und jetzt? Schätzmuh besiegen. Wachsen da jetzt Reben drauf? Tatsächlich. Sieht so aus, he? Schamani-Lomani, die Bakkus-Weinrebe geben. Nice, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft, Leute. Und wir porten uns. Fuck this shit. Wir sparen so viel Zeit, wie es geht hier. Ich meine, es ist ein Let's Play und nicht ein Let's Walk. Äh. Obergeil. Was jetzt noch ein schöner Touch wäre für diese Geschichte mit den beiden, wäre, dass der Einsiedler jetzt die Weinreben, dieser Bakkus, diese seltenen Blätter, wenn der die jetzt anbauen würde und voll die Kohle damit verdienen würde, das wäre jetzt noch ein schöner Touch gewesen. Hast du mit Trest gesprochen? Was hat er gesagt? Kostbare Weinreben. Bakkus-Weinrebe. Übergeben. Oh, jetzt kriegt sie voll den Orgasmus. Achtung. Ja, ich hatte recht. Das ist die Rede. Bakkus-Weinre ist ganz sicher. Oh, jetzt kommt er wieder. Schluss mit dem Unfug. Ich habe euch genau gehört, aber ich glaube euch kein Wort. Die Bakkus-Traube ist ausgestorben. Traurige Wahrheit. Und jetzt will ich einen einfacher Abend noch in den Schatz der Natur wiederentdeckt haben. Das ist doch lächerlich. Fick dich, du Spaß. Oh, Leck, wir haben voll die schöne Rüstung. Das ist der Bakkus-Wein. Mann, ich werde verrückt. Das grenzt an ein Wunder. Ne, du bist einfach nur ein Wichser. Was, Arsch, ihm ist gegeben? Du willst mir die Rebe überlassen? Wirklich? Bist der beste Winzer weit und breit. Wenn jemand den Bakkus-Wein retten kann, dann du. Du hast die nötige Erfahrung und die Ressourcen. Versprich mir nur, dass du mich von dem fertigen Bakkus-Wein kosten lässt. Ja, das ist das Mindeste, was ich tun kann. Ich nehme dir ein Geschenk mit Freuden an und verspreche verhandeln, damit umzugehen. Schon in wenigen Jahren wird der Bakkus-Wein wieder getrunken werden. Ah, geil. Jetzt will sogar ich den Bakkus-Wein probieren. Danke, aber das wäre doch nicht nötig gewesen. Moment mal, diese Flasche, dieses große Winzer, das wird eine Flasche Bakkus-Wein? Was? Um genau zu sein, ist das ein 1547er Jahrgang, nicht wahr? Ich dachte, die letzte Flasche wäre lange vor der Katastrophe getrunken worden. Diese Flasche ist das Prunkstück meiner Privatsammlung. Jahrelang habe ich mir... Ja, und die kriegen wir jetzt einfach, oder? Nehmt diese kostbare Flasche. Ja, Mann. Ja, Mann. Ja, Mann. Scheiß drauf, was ich jetzt noch labert. Ich habe mein Wein, Baby. Ich habe mein Wein, Baby. Und jetzt gehen wir zurück zum Festmahl. Ich gebe zu, dass ich den Wein am liebsten selbst kosten würde. Ja, labert nicht rum. Gib mir den Wein einfach. Gib mir den Wein. Oh, ja, Baby. Ja, Baby. Bakkus-Wein zu Viskas bringen. Alter. Jetzt wird's ernst, Leute. Jetzt wird's ernst. Jetzt wird's ernst. Jetzt holen wir uns das geile Bankett. Hoffentlich darf ich da auch mitessen. Ich habe extra alles dafür gesammelt. Das will ich auch mitschneiden. So, Chocobo, activate. Da oben steht Viskas. Wahrscheinlich gibt's eh nur Katzenfutter bei dem Bankett. If you know what I mean. So, da bist du ja. Ich habe mir schon Zeugen gemeint. Hast du mir Wein besorgt, den ich gebeten hatte? Du weißt gar nicht, was für ein Trara das war. Das ist ja ein 15.07. Bakkus bei den Göttern. Was für ein Schatz. Ja, ich halt. Ich habe es heute auch wirklich gemacht, du Bengel. Ich muss gestehen, dass ich dich unterschätzt habe. Das ist meine kühnsten Erwartungen übertroffen, Luni. Dank dir werden wir ein rauschendes Fest feiern können. Endlich. Was ist das? Nein! Ist das geil, Leute! Wir kriegen einen Babygobo als Begleiter! Greift aus unerfindlichen Gründen gerne Kätzchen an. Oh, geil, Alter! Geil, Alter! Babygobo, komm zu mir! Benutzen! Leck! Was hätte ich jemals mir mehr wünschen können? Äh, Mitstreiter, Reitier, Begleiter. Wo ist mein Babygobo? Da ist er. Leck, was ist denn das für eine Fledermance? Loli! Ich habe voll die Pets. Äh, Babygobo, komm an meine Leiste. Was? Du hast einen Mitstreiter bei dir? Ja, wie, wenn ich Fufu, Kattelipu habe, kann ich nicht Babygobo rufen, oder was? Äh, fortschicken. Babygobo. Gruppe wurde aufgelöst. Nein, wie geil ist das denn? Guckt ihn euch an. So, wie geht es jetzt hier weiter? An der Sonnenküste laufen die Vorbereitungen für das große Fest. Whisker sucht nach Helfern für die Küche. Du hast es ja schon recht nützlich gemacht, meine Liebe. Vielen Dank dafür. Vorbereitungen für das große Fest. Bald geben wird laufen, dreißer Furchtun. Ehrengäste, junger Gelehrter ist sogar schon eingetroffen. Auch wenn ich mich nicht besonders in Mikonti interessiere, muss ich gestehen, dass sie meine Ausstrahlungskraft beeindruckt hat. Sie hat mich eigentlich gebeten, er hat eine Begleitung. Ja, ja, ja. Zurück zu den Vorbereitungen. Du brauchst noch Hilfe in der Küche. Ja, ich gehe. Ich gehe und Hilfe in der Küche, Baby. Ich mache alles. Alles für EOS. Ja. Alles. Wie kann ich dir helfen, Bro? Ah, endlich kommt jemand, um mir zu helfen. Danke, die Vorbereitungen sind weitgehend abgeschlossen. Wir müssen das Essen, die Blumen und den Wein anrichten. Also bitte stellen Sie fest mal, Strauß, Exxon, Blumen, Flasche Backuswein auf den Tisch. Wir müssen einfach nur das Zeug auf den Tisch stellen. Will ich mich jetzt treuen, oder was? Strauß, Exxon, Blumen auf den Tisch gestellt. Hier an dem Tisch. Das ist aber ein kleines Bankett, Leute. Ich habe gedacht, das wird ein Riesenfest. Platz für Festmahl. Ist das geil? Zack. Ah, okay, okay. Alles klar, übergeben. Ja, ja, schon okay. Können wir jetzt echt in dieser Episode noch das Festmahl feiern? Dann nenne ich sie doch nicht nur am Rumweinen. Dann nenne ich die andere Episode so. Yeah, Quest beendet. Mit Viscas sprechen. Schwupp. Komm, Baby Gobul. Komm mit mir. Wir gehen zu Viscas. Wundervoll. Dann ist es ja soweit. Alles klar. Festmahl kann beginnen. Hübsche Gelehrte. Irgendwas geladen ist jetzt übrigens direkt neben dir. Oh, geil. Das wird jetzt romantisch. Yeah, ist toller. Du bist doch von uns, oder? Ja, ist toller. Ich kenne dich doch. Oh, ich liebe Mikote. Die sind echt so hübsch. Ist toller möchte ein Missverständnis aufklären. Ja. Na, du hast dich ja ganz schön einspannen lassen. Dabei gab es wohl ein kleines Missverständnis. Ich hatte dich doch als mein Begleiterin, die große Abenteuerin, angekündigt. Das heißt, du bist eigentlich der Ehrengast des Festes und nicht die Gastgeberin. Gegen Jeru scheint keinen blassen Schimmer zu haben, wer du wirklich bist. Das solltest du ihm schleunig aufklären, bevor er dir weitere Aufgaben aufs Auge tritt. Willst du mich verarschen, du Fotze? Oh, meine Fresse. Ich habe die ganze Scheiße besorgen müssen. Dabei bin ich der Ehrengast. Oh, lol. Kommt ein Filmchen? Filmchen? Wie bitte? Du bist gar keine Lakaien? Woher soll ich denn das wissen? Nun ja, ich verzeih dir, dass du dich nicht ordentlich vorgestellt hast. Jetzt weiß ich ja Bescheid. Lel. Ist das alles ein wenig herzlicher? Könnte Entschuldigung schon ausfallen. Ja, gib mir von dem Wein. Gib mir den Wein, Bro. Ich will einen Wein. Lol, da kommen sie alle. Bitte verzeih die Störung. Wir würden euch gerne Gesellschaft leisten. Nichts lieber als das. Wir danken euch für die Einladung zum Fest. Doch war das so freundlich, uns aufzuklären, welches Spiel hier gespielt wird. Oh, lol. Was kommt jetzt? Oh, Gott. Der Goblin mit dem Goblin-Käse ist auch dabei. Ja, ich denke, wir sind euch eine Erklärung schuldig. Also, beim Heer der Helden gab es einen Brauch, um unnötige Opfer zu vermeiden. Einen Primae durfte sich nur jene stellen, die für Würde geachtet wurden. Auch in deinem Fall haben wir an diesem Brauch festgehalten. Ach ja. Landenell hat deinen Mut auf die Probe gestellt und Udo deine Techniken. Udo. Er heißt einfach Udo. Brüllvox hat deine Auffassungsgabe bewertet und Schamani-Lomani dein Mitgefühl. Oh, dabei habe ich nur gerage bei Schamani-Lomani, aber das hört sie ja zum Glück nicht. Tja, und ich persönlich durfte mich von deiner Kraft überzeugen. Ja, da guckst du, hä? Das sind die zentralen Eigenschaften, auf die es beim Kampf gegen einen Primär ankommt. Um dich nicht blind in den Tod zu schicken, wollten wir wissen, aus welchem Holz du geschnitzt bist. Ja, das waren alles Prüfungen. Verstehen, dann habt ihr sie gar nicht grundlos auf die Vorbereitung eingespannt. Das waren sozusagen alles Prüfungsaufgaben. Zu welchem Ergebnis seid ihr gekommen? Eins in allen Fächern. Mich hast du auf ganzer Linie überzeugt. Köstlichkeiten, die du zusammengetragen hast, waren alles andere leicht zu beschaffen. Waren Mut bewiesen? Easy. Dem kann ich mich nur anschließen. Auch mich hast du überzeugt. Was sagt der Goblin? Brüllvox. Pst, äh, Grüllvox, der gehen zu Titan mit Töterwerkzeug. Brüllvox schenken, gute Wunsch für Sieg. Ja, Mann. Um es kurz zu machen, das Heer der Helden erachtet dich für fähig, gegen Titan anzutreten. Wir werden dich nach Kräften unterstützen. Obergeil. Endlich, Leute. Endlich zahlt es sich aus. Wir vertrauen darauf, dass du in unseren Fußstapfen treten und er es her retten wirst. Ja, Mann. Genau, das war mein Plan von Anfang an. Können wir jetzt trinken und essen? Ja. 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 Genug geredet. Ich freue mich schon auf die Darbidung der Tänzerin und natürlich auf drüstliches göttliches Essen. Es trinkt, seid fröhlich. Yeah, Baby. Lunikiba, die Tarnsbezwingerin, sie leben auch. Ich habe ihn noch nicht mal gesehen und werde schon Bezwingerin genannt. Obergeil. Oh ja, Mikote, Baby. Oh, sehen wir jetzt nicht das Essen? Oh Mann, ey. Oh lol. Jetzt habe ich alles zusammengetragen und sehe nicht mal das Essen. Was für ein Crap. Mit der verlockenden Tänzerin sprechen. Oh ja, doch, das will ich jetzt noch machen. Oh ja, du bist eine sehr verlockende Tänzerin. Oh leck, da vorne tanzt noch was. Da vorne, oh, da tanzen noch mehr Tänzerin. Ach, Final Fantasy, du bist einfach zu schön. Ab wie viel bist du ab 18? Ich weiß nicht. Der kleine Babygobu, der denkt sich, hä, Tänzerin, hä? Na, du Hübsche. Gefällt dir unser Tanz? Ich verspreche dir heute Nacht süße Träume. Alter, was ist das hier für eine sexuelle Quest gerade? Am Festmahl teilnehmen? Oh nice, wir sehen es doch noch. Om nom nom. Ja. Yeah. Da ein paar Äpfel und Gurken. So, ist richtig. Das ist ein Festmahl. Om nom nom. Keiner isst mit mir. Jetzt sitze ich da alleine. Und dann mal, yeah, gut gegessen. Gut gegessen, Bro. Du hast das exotische Festmahl verzehrt. Es war die reinste Offenbarung. Etwas Besseres hast du noch nie gekostet. Hm, cool. Cool, cool. Okay. Oh, leck. Was ist jetzt? Mit Weißkart und seinen Gefährten sprechen. Oh, das ist ein Haufen Quests. Titanis, mächtiger Primär. Wird nicht leicht zu besiegen sein. Doch mit einem guten Herzen wirst du über ihn triumphieren. Yeah. Gib mir jeder noch seinen Segen. Ach, ich hab keinen Bock mit dir. Ich hab überhaupt keinen Bock, den Scheiß zu lesen. Ich will lieber hier bei einem Tänzerin rumstehen. Mit deinem Mut wirst du selbst im Angesicht von Titan die Ruhe bewahren und wohlüberlegt handeln. Du kannst ihn besiegen. Oh, ja, Baby. Oh, ja, Baby. Ja, weiter geht's. Udo. Sei guten Mutes, du beherrschst deine Techniken meisterhaft. Du hast das Zeug. Ja, easy hab ich das Zeug, Baby. Von deiner Kraft bin ich überzeugt. Dann, okay. Cool. Ist dollar. Kannst losgehen. Gehen wir zu Titan, Alter, und bashen ihn, oder was? Na, und ich, Wiskars und die anderen sind ja ganz schön an der Nase herumgeführt. Aber irgendwann wollen sie dir jetzt helfen. Frag Wiskars am besten gleich, wie du Titan herausfordern kannst. Du musst es einfach schaffen. Du musst. Und damit ist die Quest beendet. Kriegen wir kein Gier? Oh, nein. Wir kriegen nur einen Haufen Supertränke. Aber die sind echt super. Die heilen voll viel, ne? Wir haben uns schon ein paar Mal den Arsch gerettet. Haufen Routine haben wir jetzt auch gekriegt. So. Wiskars will dir erklären, wie du den Primär Titan herausfordern kannst. Meine lieben Freunde. Oh, die Tänzerinnen sind weg. Na gut. Wir machen an dieser Stelle Schluss. Denn, wie man den Primär Titan herausfordert, ich hab so das Gefühl, das ist wieder eine längere Sache. Und das machen wir dann nächste Woche. Das heißt, nächste Woche kann es endlich losgehen. Und wir fühlen uns mal wieder wie ein Held und nicht wie ein Laufbube. Von daher bedanke ich mich fürs Reinschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, bitte bewertet es positiv. Schreibt Kommentar. Und wir sehen uns wieder das nächste Mal. Ich bin der Mooney und ich bin raus. Ciao, ciao. Ciao.